was geht ab meine freunde herzlich willkommen zurück auf meinem kanal wir haben gerade eben besprochen was für ein neues schlapfen ich habe schreibt mir in die kommentare sagt ihr schlapfen oder schlappen ich würde auf jeden fall sagen schlapfen manche schreiben hier boatschen rein wir schauen auf jeden fall die dunkle wade über wikipedia was tatsächlich nur halb so wichtig ist wie die debatte wie man meine schuhe bezeichnet let's go vor einer stunde frisch frisch ach so ich hab den adblocker ausgeschalten das ist ja peinlich adblocker ja komm komm da schauen wir jetzt einfach mal was war ja dann muss ich dann neu laden ganz kurz bevor es los geht soll es ist doppelgeschwindigkeit nein es arbeitet ja schon seit jahren ein größeres team an diesen videos auch wenn viele von euch uns noch als die zwei studenten von damals kennen oder vielleicht habt ihr gar keinen plan wer diese videos macht auch okay so oder so wollten wir marcel aus dem team zum test einfach mal die möglichkeit geben dieses video einzusprechen er kommt vom radio und hat echt eine nice stimme bitte gebt ihm eine chance auch wenn es am anfang vielleicht komisch ist wie hoch ist das höchste gebäude der welt wie viele herzen hat let's go marcel ein octopus wer ist jeffrey damer und was bedeutet eigentlich agitprop für millionen von menschen ist wikipedia die erste anlaufstelle verantworten auf die fragen die wir uns zu stellen und während man gerade versucht herauszufinden wie viele staffeln der office es insgesamt gibt erscheint so ein banner oben auf der web ja ich wusste dass es darum geht bitte nicht weiter scrollen es ist ein bisschen unangenehm daher kommen wir gleich zur sache wir bitten dich die unabhängigkeit wikipedias zu verteidigen hilf uns online zu bleiben wenn jeder der das liest drei dollar gibt kann wikipedia für ein weiteres jahr online und werbefrei bleiben die meisten spenden nicht sie schauen einfach weg schon der preis einer tasse kaffee würde genügen solche spenden aufrufe gibt es in allen möglichen sprachen wikipedia fragt auf der ganzen welt nach geld diese banner wirken teilweise irgendwie fast verzweifelt fast so als würde wikipedia kurz vor dem zusammenbruch stehen und die spenden ganz dringend brauchen das habe ich auch so das gefühl gehabt da habe ich mir gedacht wikipedia ist eine von den größten webseiten der welt dann ist doch egal ist doch egal macht doch keinen spenden aufruf schaltet werbung also ich habe nichts gegen werbung auf wikipedia einfach so als banner oder sowas das fällt dir nicht mal auf das fällt dir nicht mal auf wenn einfach ein banner werbung ist und damit kann sich ein batzen geld verdienen aber ist das wirklich so aber angenehme stimme bis jetzt wobei ich sagen muss dieser jonas der spricht richtig wenn ihr euch abseits den dem mag ich vollgas grandioser youtube videos oder netflix zum abschalten gerne mal hörbücher ich überspringe jetzt mal ganz dreist die werbung uff ist das dreist uff ausprobieren wikipedia wurde am 15 januar 2001 von dem unternehmer jimmy wales und dem philosophen larry sanger gegründet ursprünglich sollte wikipedia eine online enzyklopädie werden deren einträge von experten erstellt werden testweise veröffentlichten die gründer dann aber eine vorläufige version der plattform auf der jeder artikel hinzufügen und bearbeiten konnte das konzept war offensichtlich ein riesen erfolg heute ist wikipedia eine der meistbesuchten websites der welt sie wird jeden monat rund 15 milliarden mal aufgerufen was ich mein ok monatlich jaja aber 15 milliarden mal und jetzt im mädchen 15 milliarden werbeanzeigen pro monat wisst ihr was das an kohle ist bist du nicht weltweit gibt es mehr als 58 millionen artikel allein auf deutsch sind das über 2,7 millionen seit der gründung finanziert sich wikipedia größtenteils durch spenden es gibt keine werbung auf der plattform die spenden gehen aber nicht an die millionen von wikieditoren die die unzähligen wikipedia artikel schreiben und korrigieren das machen sie ehrenamtlich sie verdienen damit also kein geld das geld geht an die wikimedia foundation kurz wmf das ist die non profit organisation hinter wikipedia der stiftung ging es zu beginn vorrangig darum die website instand zu halten und einige angestellte zu bezahlen ganz vereinzelt wurden wiki editoren für bestimmte projekte auch finanziell unterstützt der erste spenden aufruf der stiftung findet 2005 statt schon damals nutzt sie dafür banner über den artikeln der website das ziel ist es zunächst insgesamt 75.000 us-dollar einzusammeln dieses spendenziel wird um fast 20.000 dollar übertroffen ein paar monate später liegt das nächste spendenziel bereits bei 200.000 dollar auch das wird direkt erreicht mit den jahren kommen die aufrufe immer häufiger 2010 wird der gründer der stiftung jimmy wales auf vielen der spenden banner abgebildet sein persönlicher aufruf soll mehr menschen zum spenden animieren daraufhin wird wales zu mimen das gesicht des wikipedia chefs ist plötzlich überall das habe ich nie mitbekommen seit meiner ausbildung benutze ich wikipedia fast nie ich bin auch noch selten auf wikipedia aber wenn ich halt irgendeinen blödsinn oder sowas anschauen aber das habe ich nicht mitbekommen ich habe diesen spenden aufruf das erste mal so vor einem jahr oder sowas hat gesehen und da habe ich mir gedacht okay komisch dass wikipedia wirklich so bettelt nach kohle aber gut aufgrund des rapiden wachstums von wikipedia benötigt die stiftung zunächst auch tatsächlich von jahr zu jahr mehr geld 2013 beziffert der damalige stellvertretende direktor der wikimedia stiftung das benötigte budget auf rund zehn millionen dollar pro jahr das sei nicht nur genug um die ausgaben der website zu decken damit könne man zusätzlich auch die wikimedia mission durch verschiedene projekte und initiativen erfüllen aber zehn mille im jahr ist echt schwer okay für eine wirklich von den für 58 milliarden aufrufe pro monat gut das ist jetzt das war jetzt von 2013 aber trotzdem da werden es jetzt nicht viel weniger gewesen sein selbst wenn es die hälfte ist 25 oder oder selbst wenn es fünf milliarden aufrufe pro monat sind sind das trotzdem 60 milliarden im jahr 60 milliarden aufrufe also durch zehn millionen dollar ausgeben das ist ausgaben ist in ordnung jetzt ist es 2023 es gibt immer noch regelmäßig spenden aufrufe auf der ganzen welt hier aus chile hier aus england hier aus den usa und hier aus deutschland und teilweise wirken die aufrufe auch immer noch so als könnte die website jeden moment offline gehen zwei drittel der indischen bevölkerung leben in armut und müssen mit weniger als zwei us dollar pro tag auskommen das ist wahnsinn 2020 wurde in wikimedia spenden aufrufen auf der indischen version der seite nach 150 indischen rupien gefragt umgerechnet knapp 1 dollar 80 in diesen aufrufen wird dazu aufgefordert die unabhängigkeit wikipedias zu verteidigen man solle wikipedia unterstützen online zu bleiben und zu wachsen wikipedia brauche den indischen spender wirklich ein regelmäßiger spender in den usa wurde während der corona pandemie per mail von der wikimedia stiftung kontaktiert sie bat ihn die stiftung in das eigene testament aufzunehmen was in der mail war sogar direkt ein link dieser führte zu einem anbieter der es einmal möglich in nur 20 minuten ein testament was what the fuck also also das ist das dreisteste was ich je gehört habe da gibt es einen du der spendet freiwillig der sagt hey ich finde das geil und ich brauche wikipedia und ich unterstützen und dann gehen die her das ist ja schlimmer als die als die als keine ahnung sos kinderdorf und sowas die nerven mich heute noch wenn ich einmal zehn euro gespendet habe all but not tot danke dir für das verschenkte abo halleluja wie wär's wenn wir dich wenn wir in deinem testament stehen wikipedia eine seite die 58 milliarden leute im monat erreicht ich meine wir könnten auch easy einfach mal ein also einen werbebanner für einen monat lang laufen lassen und dann werden wir wahrscheinlich für den rest der ewigkeit set aber wie wär's wenn du dein dein hart verdientes geld auf uns testamentierst und aufzusetzen falls es ein wort ist bitte scrollen sie nicht weg viele leute geben nichts und schauen einfach weg und wir brauchen wir brauchen geld von ihnen das ist andreas kolbe er ist seit über 15 jahren ehrenamtlicher editor bei wikipedia und chefredakteur emeritus bei design post dem vertraue ich das schaut weise aus einer online-zeitung aus der wikimedia-bewegung er kritisiert die spendenkampagnen der wikimedia stiftung seit jahren besonders formulierungen dass wikipedia an akutem geldmangel leidet und jetzt dringend spenden eingefahren werden müssen damit die webseite weiterhin bestehen kann vor 18 jahren hat das vielleicht noch gestimmt doch heute könnte das nicht weiter von der wahrheit entfernt sein die wikimedia foundation ist keinesfalls arm dran sie ist besser aufgestellt denn je seit der gründung sind die einnahmen der stiftung von jahr zu jahr gestiegen im letzten geschäftsjahr wurden über 165 millionen us-dollar von über 13 millionen menschen eingesammelt das geld kommt von überall auf der welt größtenteils aber aus europa nordamerika im selben geschäftsjahr hatte die wikimedia ein nettovermögen von über 230 millionen dollar das sind größtenteils cash und investitionen zum beispiel in staats und unternehmensanleihen dazu kommen noch separate 100 millionen im sogenannten wikimedia du kannst ja auch deine subs fragen ob sie dich in dein testament aufnehmen ja das wäre mal eine idee na also falls da irgendwer falls irgendwer vorhat na den kaiser ins testament zu nehmen ich schicke euch den link direkt per e mail daumen vor der den freien zugang zu wissen auch in ferner zukunft garantieren soll aktuell sind das aber einfach nur weitere investments zum beispiel in aktienfonds die möglichst viel rendite einbringen sollen die sagen quasi es ist peinlich tragen zu müssen und es ist überhaupt nicht peinlich wenn ich so viele millionen in der bank habe dann ist es nicht peinlich ist es unverschämt nur ein bruchteil der gesammelten spenden hat sich die website in stand zu halten heute verfügt die stiftung insgesamt über genug vermögen um die server für weit über 100 jahre betreiben zu können etwas zeit auf der website der wikimedia foundation und man weiß wie gut die stiftung aufgestellt ist und wo das geld genau hinfließt die seite ist aber leider nicht sonderlich übersichtlich und hat eben nur 7,6 millionen besuche pro jahr und wikipedia 180 milliarden 180 milliarden 180 milliarden ich dachte es waren 58 oder 56 milliarden im monat sind deutlich weniger als ich dachte jetzt verfälschte statistiken viele leute die auf basis der panischen banner ein paar euro spenden werden sich nicht die mühe machen sich die organisation vorher mal genauer anzugucken die spenden für den kaffee und die unabhängigkeit der plattform gehen vor allem an die mittlerweile 700 mitarbeiter 2022 hat die stiftung 88 millionen dollar für löhne und gehälter ausgegeben 2,15 oder 18 milliarden ok wurscht 7 millionen dollar sind für das internet hosting von wikipedia und anderen wiki projekten draufgegangen viele mitarbeiter arbeiten nicht in der it damit dein besucher auf der website reibungslos abläuft sie arbeiten im marketing in der administration und den finanzen damit die spendenkampagnen auch weiterhin so gut laufen beschäftigt die stiftung eine reihe von fundraising experten die genau darauf spezialisiert sind es werden events und konferenzen auf der ganzen welt veranstaltet es wird geld für lobbyarbeit ausgegeben außerdem wurden im letzten jahr zum beispiel rund 15 millionen in zuschüssen verteilt das geld ging zum teil auch an organisationen die nicht zu wikimedia gehören aber ähnliche ziele verfolgen durch das ganze geld was aber reingekommen es haben sich natürlich die vorstellungen was eigentlich die mission der wikimedia foundation sein sollte ganz rabiat verändert die wikimedia foundation möchte jetzt viel mehr sein als einfach nur dass das was sie sich damals vorgestellt hat mit dem klar definierten projekt von anfang der 2000er hat die wikimedia foundation heute nur noch weniger gemeinsamkeiten das medienarchiv wikimedia commons wiki books oder ein tierartenverzeichnis sind weitere projekte der stiftung mittlerweile gibt es auch einige regionale ableger es gibt zum beispiel den verein wikimedia deutschland der den ausbau von artikeln auf deutsch fördert 2021 hat die stiftung außerdem das kommerzielle unternehmen wikimedia enterprise gegründet das unternehmen soll großen tech konzernen einen leichteren zugriff auf wikipedia inhalte ermöglichen zum beispiel in form von solchen infoboxen aber auch durch sprachassistenten wie alexa und siri wikimedia enterprise soll eine neue wichtige einnahmequelle für die stiftung werden wir haben die wikimedia foundation um stellungnahme gebeten auf die frage warum die kampagnen teilweise so weinerlich klingen unser hauptkritik punkt ja das ist sicher das ist sicher es zieht sich am besten wenn die jetzt wirklich schon seit 2000 ich weiß nicht mehr seit wann 2001 wurden sie gegründet und seit 2010 oder war das 2010 dieser dass dieser dude so ein meme war die machen ewig lang schon werbung und die haben experten was so fundraising und so zeug angeht die wissen ganz genau wie du am ehesten einen dollar abbekommst ich habe auch schon gedacht so oha das arme wikipedia danke dino 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 saus 95 danke dir da habe ich mir auch so gedacht okay die armen leute oder nicht die armen leute bei wikipedia aber wäre schade wenn wikipedia nicht mehr existent wäre weil die einfach zu stolz waren quasi um werbung zu schalten es würde mich aber interessieren wie viel werbeeinnahmen sie bekommen würden wikipedia kannst du ja da kannst du alles drauf bewerben wikipedia da geht es um alles da gibt es nicht einen partner wo du sagst ja der passt nicht ganz zur foundation oder so oder ja gut vielleicht wofür wir stehen aber weißt du was ich meine so hat die stiftung uns leider keine eindeutige antwort gegeben die stiftung hebt aber hervor dass die rücklagen der wmf die betriebskosten von wikipedia und in anderen wikimedia projekten für nur 16 monate decken könnten wie diese betriebskosten aussehen haben wir in diesem video erläutert die stiftung betont außerdem dass nicht jeder in der lage ist geld zu spenden und das auch in ordnung sei zu den aufrufen in indien schreibt die stiftung dass viele inder die enzyklopädie nutzen und sie denjenigen die etwas spenden können und möchten den raum dafür bieten wollen die wmf schreibt außerdem dass sie an den spenden aufrufen arbeiten und dabei im regen austausch mit den freiwilligen editoren seien wikipedia kann dein geld gut gebrauchen aber wenn du heute nicht spendest wird die plattform morgen nicht offline sein es wird sie vermutlich sogar noch in zehn oder zwanzig jahren geben die stiftung ist finanziell bestens für die zukunft aufgestellt und das ist natürlich auch nicht schlimm eine durch spenden finanzierte stiftung nimmt es mit den webseiten großer tech konzerne wie google matter und twitter auf da kann die stiftung schon ein finanzielles polster gebrauchen und auch wenn hunderte millionen dollar an vermögen viel geld sind im vergleich zu google und co ist das unfassbar wenig es ist auch nicht verwerflich massiv expandieren zu wollen und neue projekte zu starten wir selbst nutzen wikimedia commons zum beispiel immer wieder für unsere videos aber warum nicht mit offenen kartenspielen warum so aufdringlich um geld ja weil es dann halt viel mehr bringt es bringt halt so ganz bestimmt am meisten das ist der grund betteln vor allem in schwellenländern wie indien warum so tun als wäre die unabhängigkeit der website in gefahr wird tatsächlich in erwägung gezogen doch werbung zu schalten oder ist es nur plumpes marketing und modernes emotionales campaigning teilweise soll man auch für das engagement der ehrenamtlichen editoren spenden aber wenn man selbstständig spenden will braucht man noch keinen banner auf der webseite die betteln ja aber das ding ist halt du musst es den leuten so einfach wie möglich machen weil ich wäre jetzt auch nie auf die idee gekommen jemals wikipedia zu spenden so weißt du was ich meine da gibt es hunderte andere webseiten wo ich mir denke ja keine mir ist nicht mal aufgefallen tatsächlich ich habe nicht mal daran gedacht dass wikipedia werbefrei ist das wäre mir nicht mal aufgefallen wenn auf der seite irgendwo so ein kleiner werbebanner gewesen wäre oder so über die jahre oder ganz unten oder ganz oben oder keine ahnung wäre mir nicht aufgefallen ich habe nie daran gedacht dass wikipedia spenden braucht bis ich den fetten banner gesehen habe hey hallo wir brauchen übrigens spenden also wäre cool wenn du spenden könntest oder uns ins testament aufnimmst ob die das so cool finden wenn 88 millionen us dollar der spendengelder dann als üppige gehälter an ein paar hundert mitarbeiter fließen in etlichen wikimedia foren zeigen sich die editoren von solchen aktionen enttäuscht und fühlen sich ausgenutzt bei einer umfrage unter ehrenamtlichen editoren zur spendenkampagne im vergangenen winter waren sich nahezu alle teilnehmer einig die spenden banner in ihrer jetzigen form seien teilweise unwahr und nicht angemessen bei der darauf folgenden diskussion nahm auch der wikipedia gründer jimmy wales teil das fundraising team der wikimedia stiftung testet aktuell neue entwürfe für die englischen spenden aufrufe basierend auf vorschlägen der freiwilligen editoren hoffentlich wird wikipedia langfristig weiter auf das feedback hören und die spenden aufrufe global entsprechend anpassen denn am ende ist es natürlich vor allem die leidenschaftliche arbeit jener freiwilliger editoren die wikipedia so toll und unterstützenswert macht ich glaube das wäre nicht einmal so schlecht wenn man tatsächlich eben wie du wie du gesagt hast den spenden banner wegnimmt und stattdessen einen werbebanner oder ihn stattdessen mit einem werbebanner ersetzt und du kannst ja tatsächlich da gibt es ja dann das könntest du dann sicher so einrichten dass du quasi verschiedene editor roles einnehmen kannst du wenn du jetzt wirklich wenn du 100 verschiedene artikel ergänzt oder bearbeitet oder erstellt hast und das dann überprüft worden ist quasi was du geschrieben hast von irgendeinem eigenen mitarbeiter dass du dann sagst du wirst auf stufe 2 gestuft so und dann ist es so dass du für jeden artikel den du bearbeitest kriegst du ein paar cent so das muss ja nicht mal irgendwas sein aber dann hast du wenigstens das gefühl okay wikipedia belohnt dich oder oder durch die durch die aufrufe auf den beiträgen die du erstellt hast da weißt da kann sich irgend so ein system überlegen aber anstatt dessen wird halt nach geld gebettelt und das wird dann einfach nur für die eigene ja es ist wie gesagt es ist nicht schlecht dass wikipedia bettelt es kommt halt nur wirklich wir drüber gerade wenn du weißt okay die haben genug kohle das jetzt so das ist halt wirklich ein battle das ist gar nicht mehr cool wenn ich was spenden können sondern naja naja ja